Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Lernvideo zum Thema Vokabeln. Dieses Mal möchte ich mit euch über Eselsbrücken reden, denn Eselsbrücken sind eine schöne Möglichkeit, unserem Gehirn klarzumachen, dass ein neues Wort wichtig ist. In diesem Video werde ich euch also einige Arten von Eselsbrücken vorstellen und ich werde das tun anhand von den Vokabeln, die meine Klasse in der jetzt kommenden Woche neu aufbekommen hat, sowie mit den Vokabeln, die mir einige fleißige Schüler in der letzten Woche geschickt haben. Ihr bekommt als Dankeschön in diesem Video persönlich zugeschnitten Eselsbrücken serviert, nur für euch. Ich hoffe, sie helfen. Der Inhalt dieses Videos Eselsbrücke 1 – Words that look like things Eselsbrücke 2 – Eselsbrücken über Sprachbrücken Eselsbrücke 3 – Festwendungen aus einzelnen Wörtern erschließen Eselsbrücke 4 – Eselsbrücken über Klang Eselsbrücke 5 – Eselsbrücken mit Geschichten Und Eselsbrücke 6 – individuelle Eselsbrücken Und am Ende gibt es hier immer noch eine kurze Zusammenfassung. Immer wenn wir lernen, stellt unser Gehirn neue Verknüpfungen her. Und wenn wir unserem Gehirn klar machen, dass ein neues Wort auch wichtig ist, dann wird diese Verbindung stärker sein und länger halten. Man kann sich das ganz gut verdeutlichen, wenn man sich vorstellt, wir würden eine Burg aus Bauklötzen bauen. Ein neuer Bauklotz kann schlecht in der Luft hängen, er muss ja irgendwie auf alten Bauklötzen aufliegen, um stabil zu sein. Manchmal kommt es aber vor, dass ein neuer Klotz von sich aus erst einmal nirgendwo hinpasst. In dem Fall müssen wir alte Klötze so umbauen, dass der neue Klotz Anschluss findet. Übertragen auf unsere Vokabeln heißt das, wir wollen Brücken bauen zwischen alten und neuen Wörtern. In meinem letzten Video habe ich schon von Sprachbrücken geredet. Bei der Methode schauen wir, ob wir neue Wörter in Englisch zum Beispiel vielleicht andocken können, verknüpfen können mit einem ähnlichen Wort aus einer anderen Sprache, das wir schon kennen. Manchmal sind ja deutsche und englische Wörter ähnlich, manchmal auch englische und französische Wörter. Und auch im türkischen gibt es einige Wörter, die sich aus dem Englischen ableiten. Und auf die gleiche Weise, wie wir mit Sprachbrücken Verbindungen zwischen Wörtern herstellen können, können wir das auch mit Eselsbrücken machen. Eselsbrücken sind in verschiedenen Bereichen einsetzbar. Wir vergleichen hier also nicht nur eine Sprache mit einer anderen, sondern versuchen die Verbindung in alle möglichen Richtungen aufzubauen. Eselsbrücken haben mehrere Vorteile beim Lernen. Zum einen schaffen sie diese besagten Verknüpfungen, die uns helfen. Wir laden dieses neue Wissen, das neue Wort, möglicherweise mit Gefühlen auf, wenn wir es an alte Wörter anknüpfen, die wir schon kennen und mit denen wir auch schon gewisse Gefühle verbinden. Und es kann Spaß machen, wenn wir uns die Eselsbrücken ein bisschen albern und lustig gestalten. Okay, damit kommen wir zu den einzelnen Arten von Eselsbrücken. Die erste Art nenne ich Words that look like things. Manche Wörter sehen von der Gestalt ihrer Buchstaben her schon so aus, wie das Ding, das sie beschreiben. Das ist ziemlich selten, aber wenn es mal der Fall ist, ist es ein unglaublicher Glückstreffer, weil wir dann visuell, also über das Sehen von diesem Wort, die Bedeutung des Wortes schon sehr gut lernen können. Ein Beispiel dafür ist das Wort Bed, B-E-D. Wenn wir es in kompletten Kleinbuchstaben schreiben, sieht es wirklich aus wie ein Bett. Mit dieser grafischen Stütze kann man sich gleichzeitig noch die Schreibweise merken, denn anders als im Deutschen wird es am Ende ja mit einem D geschrieben, welches einfach ein umgekehrtes kleines B ist. Also ein B und ein D als jeweils Kopf und Fußende von dem Bett und das E ist dann quasi die Matratze. Wenn man das Wort Elevator komplett mit Großbuchstaben schreibt, stecken darin die zwei Leuchten, die ihr von Aufzügen vielleicht auch schon kennt, nämlich einmal ein Pfeil nach unten und ein Pfeil nach oben in den Buchstaben V und A. Das kann einem dabei helfen, sich zu merken, dass das Wort Elevator Aufzug heißt. Das Wort Exit kann man als kleinen Cartoon zeichnen, wenn man möchte, indem das X einen kleinen Menschen darstellt, der gerade vor etwas wegrennt, nämlich durch den Ausgang. Damit kann man sich merken, dass Exit Ausgang heißt, indem man das Wort als kleinen Comic begreift. 2. Eselsbrücken über Sprachbrücken. Manche englischen Wörter haben ja eine deutsche Übersetzung, die ähnlich aussieht wie das englische Wort. Zum Beispiel beim Wort official, was als Adjektiv auch offiziell heißen kann, also amtlich den Regeln entsprechend. Jetzt hat das Wort allerdings noch eine andere Bedeutung und diese andere Bedeutung können wir herleiten, indem wir die offensichtliche Übersetzung von official benutzen, um eine Eselsbrücke zu bauen. Wir nehmen hier also eine Sprachbrücke. Das Wort official gibt es ähnlich auch im Deutschen, offiziell, und machen daraus eine Eselsbrücke, indem wir uns überlegen, wer setzt denn im Fußball diese amtlichen offiziellen Regeln durch? Naja, der Schiedsrichter. Damit kann man sich merken, dass im britischen Englisch der Schiedsrichter official heißt. Man muss dabei natürlich noch mitlernen, dass das deutsche Wort offiziell eine andere Betonung hat, nämlich auf der letzten Silbe ziell, das englische Wort allerdings auf der zweiten Silbe, nämlich official. Das Wort print muss man sich natürlich einfach merken, aber wenn wir kreativ mit diesem Wort umgehen, merken wir vielleicht, ah, da steckt ein Teil des Wortes tinte drin. Wenn wir uns also mit dem Wort print den folgenden Satz merken, ein print geht nur mit tinte im Drucker, dann wird uns klar, was das Wort bedeuten muss, denn was geht denn mit tinte im Drucker? Naja, ein Ausdruck. Bei dieser Art von Eselsbrücke, also beim Arbeiten mit Sprachbrücken, die vielleicht nicht ganz akkurat sind, ist es extrem wichtig, dass ihr euch vor false friends in Acht nehmt. False friends sind, wir erinnern uns, Vokabeln, die in der einen Sprache genauso aussehen oder ähnlich aussehen wie eine Vokabel in der anderen Sprache. Dabei ist diese Übersetzung leider nicht die richtige. Das kennt man zum Beispiel von dem Wort mood auf Englisch. Was aussieht wie das Wort mood im Deutschen, aber nichts mit diesem Wort zu tun hat, denn mood auf Englisch heißt Stimmung und der mood auf Deutsch übersetzt sich auf Englisch mit courage. Diese false friends müssen wir uns immer wieder klar machen. Die werden in euren Schulbüchern hinten im Vokabelteil auch meistens hervorgehoben mit einem roten Ausrufezeichen. Und wenn ihr mit diesen Sprachbrücken arbeitet, ist es sehr wichtig, dass ihr jedes Mal überprüft, ob das Wort, was so ähnlich aussieht in der anderen Sprache auch wirklich das gleiche oder etwas ähnliches bedeutet. Wenn nicht, eignet sich das Wort vermutlich nicht als Sprachbrücke, weil ihr euch damit sonst eher falsche Übersetzungen merkt. Und auch wenn die Bedeutung ähnlich oder sogar gleich ist, ist die Schreibweise ja oft verschieden. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr euch beim Lernen dieser Wörter die Schreibweise bei jedem Lernschritt immer wieder mit einprägt. Am besten ist es, nach dem Anwenden von einer solchen Eselbrücke das Wort direkt danach noch einmal korrekt durchzubuchstabieren, damit sich keine falschen Schreibweisen einprägen. Drittens, feste Wendungen aus den einzelnen Wörtern erschließen. Viele Ausdrücke bestehen aus feststehenden Wörtern. Diese festen Verbindungen müssen wir uns einprägen, weil eine andere Verbindung möglicherweise keinen Sinn ergibt. Fehler machen hieße also, dass uns ein Engländer oder ein Amerikaner nicht mehr versteht. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Wendungen exakt so in unsere Köpfe hineinbekommen, wie sie auch in den Büchern stehen. Wenn wir diese Wendungen von Englisch auf Deutsch lernen, ist es aber zum Glück oft möglich, die Bedeutung dieser Wendungen aus der Kombination der einzelnen Wörter herzuleiten. Wenn wir also die Bedeutung von allen einzelnen Wörtern kennen, können wir die Bedeutung der ganzen Redewendungen ableiten. Hierzu ein paar Beispiele. Die Wendung to take part in besteht aus dem Wort to take und dann noch part. Das Wort to take heißt nehmen. Das Wort part heißt teil. Und wenn man das zusammensetzt, kommen wir zu einem Wort, das es ja auch im Deutschen gibt, nämlich teilnehmen. Ein anderes Beispiel ist die Wendung to get in the way. In the way heißt ja im Weg. Wenn etwas im Weg ist, dann ist es ja ein Hindernis normalerweise. Und to get to heißt ankommen. Wenn wir das jetzt kombinieren, würde das heißen im Weg ankommen. Das ist natürlich etwas ungelenk auf Deutsch, so würden wir das nicht sagen. Aber man kann sich dadurch die eigentliche Bedeutung herleiten. Im Deutschen würde man dann sagen, etwas steht im Weg, also etwas stört. Das ist dann übertragen gesprochen. To get in the way heißt also im Weg stehen oder stören. Als letztes Beispiel noch die Wendung to stay in touch with. Diese Wendung besteht aus den Wörtern touch und to stay. Touch heißt Berührung und to stay heißt bleiben. In der Berührung bleiben wäre die Kombination, auch das würde man auf Deutsch wieder so nicht sagen, aber die Bedeutung wird klar. To stay in touch with heißt also mit jemandem in Kontakt bleiben. 4. Eselsbrücken über den Klang. In fast allen Sprachen gibt es einige Wörter, die beim Aussprechen ähnlich klingen wie die Sache, die sie beschreiben. Man nennt das Onomatopoesie. Dieses Wort müsst ihr euch erstmal nicht merken. Das kommt in der 9. und 10. Klasse wieder, wenn ihr Gedichte interpretiert. Aber ein paar einleuchtende Beispiele hierfür sind etwa die Verben, die wir benutzen, um Tierlaute zu beschreiben. Die Katze miaut. Dieses Verb klingt ja wirklich so wie das Geräusch, was die Katze macht. Miau. Von der Sorte gibt es noch viele andere Wörter auf Deutsch. Da könnt ihr selber auf die Suche gehen. Das kann ganz unterhaltsam sein. Und im Englischen ist es genauso, dass einige Wörter wirklich so klingen, wie das Ding, was sie beschreiben. Zum Beispiel der Regentropfen Raindrop. Ich finde das Wort Drop, also auch der Tropfen im Deutschen, klingt so, als würde gerade etwas Kleines irgendwo herunterfallen und vielleicht in einem Wasserbehälter ankommen. Das Geräusch eines Tropfen klingt also genauso wie das Wort dafür. Drop. Das Wort Cough klingt auch so, als würde gerade wirklich jemand husten. Also wir können uns vorstellen, dass jemand krank ist und dann hustet er vor sich hin. Und dieses Geräusch klingt ähnlich, wie wenn man das Wort Cough sagt. Cough. Cough. So kann man sich gleichzeitig merken, wie man dieses Wort ausspricht. Viele andere Wörter sind vielleicht nicht ganz so onomatopoetisch, also sie klingen nicht exakt so, wie das Ding, das sie beschreiben. Aber man kann sich trotzdem über eine sehr deutliche und vielleicht übertriebene Aussprache die Bedeutung besser einprägen. Da gibt es zum Beispiel das Verb to breathe. Wenn wir das I klanglich in diesem Wort sehr lange sprechen, etwas übertrieben vielleicht und mehrmals vor uns hin sagen, also breathe, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Dann prägt sich die Art, wie man es so vor sich hin spricht, ein. Und damit werden wir vielleicht an die Bedeutung dieses Wortes erinnert. Nämlich atmen. To breathe heißt atmen. Diese Art von Eselsbrücken ist vielleicht manchmal ein bisschen albern. Aber wie ich schon in anderen Videos erklärt habe, auch alberne Gefühle helfen dabei, sich ein Wort besser zu merken. Je alberner und absurder, desto besser. Denn dadurch wird die Verbindung in unserem Kopf zu diesem Wort stärker. 5. Eselsbrücken mit Geschichten Auch hier müssen wir, wie bei den Eselsbrücken mit Sprachbrücken, immer auf die Schreibweise der jeweiligen Wörter achten. Das heißt, wir haben wieder False Friend Gefahr. Also immer wenn ihr euch ein Wort mit dieser Methode einprägen wollt, buchstabiert nach dem Lernen jedes Mal das Wort noch einmal auf Englisch durch, damit sich hier keine Fehler einschleichen. Unser Gehirn liebt Geschichten. Besonders schwierige Wörter kann man seinem Gehirn also vielleicht schmackhaft machen, wenn man aus den Bestandteilen des Wortes eine Geschichte bastelt und diese Geschichte dann mit dem Wort verknüpft. Das Wort Seriously zum Beispiel fällt manchen schwer. Es gibt zwar das deutsche Fremdwort Seriös, aber wenn man das nicht kennt, dann hilft einem das natürlich auch nicht als Sprachbrücke. Also müssen wir uns irgendwie eine Bedeutung herleiten. Die folgende Geschichte kann dabei helfen. Seriös ist ein Männername, den ihr vielleicht aus den Harry Potter Büchern oder Filmen kennt. Seriös Black ist dort ja eine wichtige Figur. Stellen wir uns nun einen Verbrecher vor, namens Seriös Lee. Vielleicht hat er chinesische Vorfahren. Jedenfalls ist dieser Seriös ein sehr ernster Zeitgenosse, ein gefährlicher Ganove und es ist ratsam, ihn ernst zu nehmen. Die Polizei findet ihn und nimmt ihn fest. Und dann würde die Schlagzeile in der englischen Zeitung lauten The police take seriously. To take something seriously heißt also etwas ernst nehmen. Und seriously heißt ernst oder ernsthaft. Und als ergänzenden Schritt buchstabieren wir das Wort am Ende immer noch einmal auf Englisch, damit sich da keine falsche Schreiweise einprägt. Also S-E-R-I-O-U-S-L-Y Seriously Das Wort difficult ist bezeichnenderweise für viele auch ein eher schweres Wort. Dazu folgende Geschichte. Wir stellen uns ein beliebtes Mädchen vor in der Schule. Ihr Name ist Tiffy. Tiffy ist extrem beliebt. Ihre Freundinnen verehren sie, als wären sie in einem Kult, also in einer Art Tiffy-Religion. Es ist aber sehr schwierig, in diesen Tiffy-Kult hineinzukommen. Und von Tiffy-Kult kommen wir auf difficult. Difficult heißt schwierig. D-I-F-F-I-C-U-L-T Auch Wortarten wie Präpositionen oder Konjunktionen sind oft schwierig, weil man sie im Kopf nicht mit einem Ding verbinden kann, was man sehen oder anfassen kann. Ein Beispiel für eine Konjunktion ist das Wort until. Und dazu stellen wir uns jetzt einfach zwei Personen vor. An und Till. An und Till sind zwei gute Freunde. An ist immer pünktlich. Till immer zu spät. Wenn sie sich treffen wollen, muss anwarten bis Till kommt. Erst wenn Till da ist, können sie los. An und Till ergibt zusammen until. Und das heißt bis oder erst wenn. Und again, a reminder about the spelling. It is U-N-T-I-L. Besonders wirkungsvoll, aber leider auch sehr selten anwendbar sind individuelle Eselsbrücken. Das sind Verbindungen, die zum Beispiel nur für euch etwas bedeuten, weil nur ihr eine bestimmte Erfahrung gemacht habt, die mit dem Wort zu tun hat, oder die nur auf ein einziges Wort anwendbar sind, weil nur dieses eine Wort zum Beispiel in einem Song vorkommt. Als Beispiel kann man sich den Ausdruck to be worried mit dem Song merken, don't worry, be happy. Den Song kennt ihr wahrscheinlich alle zumindest mal vom Hörensagen. Wenn nicht, hört ihn euch einfach nochmal an. Er ist von Bobby McFerrin. Ein sehr schöner Song, aber Achtung, mit Urwurmgefahr. Wenn man sich diesen Song mehrmals angehört hat, dann wird man das Wort worry nie mehr vergessen. Und man kann sich merken, don't worry, be happy. Da sagt ja jemand, tu nicht das, sondern sei dieses. Das heißt, die beiden Wörter müssen Gegenteile sein. To be worried is the opposite of to be happy. Eselsbrücken helfen also Wörter, die sinnlos im Nichts schweben, mit etwas zu verknüpfen, das wir schon kennen. Unser Gehirn merkt dabei, dieses Wort ist wichtig und wird es nicht so schnell vergessen. Wenn wir sie regelmäßig anwenden, werden wir die Eselsbrücken irgendwann nicht mehr brauchen und die Wörter auch so wissen. Bei false friends müssen wir besonders aufpassen. Am besten buchstabieren wir die Wörter immer auch gleich, natürlich auf Englisch. Dabei ist es natürlich so, dass sich nicht jedes Wort für eine Eselsbrücke eignet. Eselsbrücken sind vor allem dann sinnlos, wenn sie mehr Arbeit machen, als wenn man sich das Wort einfach mit normalen Methoden einprägen würde. Manche Wörter muss man einfach auswendig lernen, zum Beispiel mit dem Punktesystem, das ich euch in meinem zweiten Vokabelkursvideo vorgestellt habe, als Teil des Vokabelheftes. Besonders fiese Wörter, die sich auch für keine Eselsbrücke anbieten, klebt man sich am besten auf den Badezimmerspiegel, sodass man sie jeden Tag mehrmals sieht. Und man bearbeitet sie mit extra vielen grünen Punkten, vielleicht mal auch mehr als nur drei. Mein Lerntipp für diese Woche, schnappt euch eure fünf bis zehn schwierigsten Vokabeln aus der letzten Hausaufgabe und versucht für jede von diesen Vokabeln eine Eselsbrücke zu finden. Besonders toll ist es natürlich, wenn ihr für jede Eselsbrücke aus diesem Video eine passende Vokabel findet und die Eselsbrücken mit diesen Vokabeln einmal übt. Und das war es auch schon wieder von mir. Wenn euch das Video geholfen hat, freue ich mich über ein Like oder ein Abo. Ich lade fast jede Woche neue Videos hoch und wünsche mir natürlich, dass sie möglichst vielen Menschen beim Lernen helfen. Stay home, stay safe, stay healthy. Once upon a time, there was a castle full of Eselsbrücken. Und es kam zu sein, dass die Leute in die Castle in die Castle wollten zu gehen, aber ein giant T-Rex got in den Weg. Er hat den Weg geholfen. Die Official versucht zu helfen, aber die T-Rex einfach ate ihn. Dann, alle in die Gläufe in die Gläufe gegen die T-Rex waren. Auch die T-Rex waren. Together, sie breathed und breathed und alle in die T-Rex einfach nur weg. Die Tag, sie lernen, dass sie mit etwas zu tun, wenn sie es ernst haben. After sie gewonnen, sie in die T-Rex einfach nur in Tick-Tock. Es war schwierig, weil Tiffy hatte die App erst zu installieren, aber in der Ende, sie haben es geschafft. Und sie alle lebten glücklich. Die End.